Hallo, Wladimir. Hallo, Olga. Es freut mich, dich kennenzulernen. Und mich erst. Bist du aus Russland? Ja, aus Moskau. Ich bin von der Insel Sachalin. Und wo ist die? Die ist ziemlich weit im Osten. Und wie ist es da so, auf der Insel Sachalin? Naja, eigentlich gab es dort immer nur Schneestürme. Danach Frost und dann wieder Schneestürme. Wir hatten damals drei Grundschulen mit den Nummern 2, 4 und 5. Was ist mit Nummer 3? Grundschule Nummer 3 war eine Fehlkonstruktion. Sie hatte ein Stockwerk zu viel und wurde von einem Schneesturm ins Meer gefegt. Neben Schule 5 stand das Gericht. Neben Schule 4 die Irrenanstalt. Und neben Schule 2 das Gefängnis. Naja, und eine Handverwägung von Frau Schirrkow und wir wussten, was uns blühte, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Auf dem Heimweg wurden wir immer von Bären und anderen wilden Tieren verfolgt. Und manchmal brach der Vulkan Iturub aus. Und dann rannten wir alle schreiend mit den Fischern um die Insel. Und dann rannten wir alle. Olga, was war das denn? Vielen Dank.